Hallo, hier ist Annika von Tooltester. Falls Sie auf der Suche nach einem günstigen und benutzerfreundlichen Homepage-Baukasten sind, dann sollten Sie einen Blick auf den Hostinger Website-Bilder werfen. Hostinger ist eigentlich eher für sein Web-Hosting bekannt, doch auch der Website-Baukasten kann sich sehen lassen. Unter anderem deshalb, weil er einer der günstigsten auf dem Markt ist. Ob Hostinger auch in Sachen Leistungsfähigkeit punkten kann, schauen wir uns in diesem Video an und gehen auf die wichtigsten Vor- und Nachteile des Tools ein. Eine Sache, auf die ich von Anfang an hinweisen möchte, ist, dass es leider keinen Gratistarif gibt und man sich direkt für einen kostenpflichtigen Tarif anmelden muss, bevor man Hostinger nutzen kann. Nahezu alle anderen Website-Baukästen kann man kostenlos ausprobieren, bevor man sich verpflichtet. Schade, dass Hostinger hier aus der Reihe tanzt. In Zukunft könnte sich das aber ändern. Lassen Sie uns nun kurz die Tarifoptionen durchgehen, denn diese können etwas verwirrend sein. Sie können zwischen monatlich abgerechneten Tarifen und längeren Abrechnungszeiträumen wählen. Wählen Sie eine längere Vertragslaufzeit, winken Rabatte. Falls Sie das Tool erstmal nur ausprobieren möchten, empfiehlt sich die Wahl des Monatstarifs. Glücklicherweise gibt es eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, sollten Sie doch nicht zufrieden sein. Beachten Sie, dass sich der Preis nach der ersten Zahlungsperiode erhöht. Diese Erhöhungen können Sie aber bis zu vier Jahre hinaus zögern. Den Countdown-Timer, den Sie hier oben sehen, können Sie übrigens ignorieren. Wir haben dieses Angebot noch nie ablaufen sehen. Unabhängig davon, für welches Abo Sie sich entscheiden, bei Hostinger können Sie bis zu 100 Websites erstellen. Sie müssen nur dann zusätzlich bezahlen, wenn Sie Ihre eigene Domain verwenden möchten. Und wenn Sie sich für einen 12-Monats-Tarif oder eine längere Laufzeit entscheiden, erhalten Sie eine Domain im ersten Jahr kostenlos. Live-Chat-Support ist ebenfalls in allen Tarifen enthalten, allerdings leider nur auf Englisch. Das gilt auch für die weiteren Support-Angebote, wie E-Mail, Wissensdatenbank und Tutorials. Schauen wir uns nun die Plattform an. Hostinger bietet Ihnen zwei Optionen für die Erstellung einer Website. Die Verwendung von KI, also künstlicher Intelligenz, oder die Auswahl aus vorgefertigten Templates. Wenn Sie sich für die Vorlagen entscheiden, haben Sie die Wahl zwischen rund 150 modern aussehenden Designs. Sie sind übersichtlich nach Kategorien geordnet, und sind responsive, das heißt, Sie werden auf Mobilgeräten perfekt angezeigt. Sollten Sie schon einmal Wix ausprobiert haben, wird Ihnen der Umgang mit dem Editor von Hostinger nicht schwerfallen. Der Drag-and-Drop-Editor ist dem von Wix sehr ähnlich und gehört zu den intuitivsten und flexibelsten, die wir kennen. Die Bearbeitung geht sogar noch schneller als bei Wix, da Sie nicht mit Optionen überladen werden. Sollten Sie doch zusätzliche Hilfe brauchen, bietet Hostinger detaillierte Anleitungen und Artikel auf Englisch, auf die Sie leicht zugreifen können. Falls Sie sich für die KI-Lösung entscheiden, müssen Sie nur ein paar Fragen zu Ihrer Website beantworten. Fast in Sekundenschnelle erhalten Sie eine ordentlich aussehende Website, die auf Ihre Nische zugeschnitten ist, einschließlich professioneller Grafiken und Texte. Diese Website können Sie im Anschluss vollständig nach Ihren Wünschen anpassen. Zu den weiteren KI-Tools gehören ein Logo-Maker, ein Content-Ersteller und eine Heatmap. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie im Vergleich zu anderen KI-Website-Tools abschneiden, lesen Sie unseren Artikel, den wir unten in der Beschreibung verlinkt haben. Falls Sie einen Blog erstellen möchten, finden Sie bei Hostinger die wichtigsten Funktionen, die Sie benötigen, einschließlich der Möglichkeit, einen Autor hinzuzufügen, ein Beitragsbild festzulegen und Kategorien anzulegen. Beiträge terminieren können Sie ebenfalls. Allerdings gibt es leider keine Kommentarfunktion. Wenn das Bloggen für Sie also Priorität hat, sollten Sie sich flexiblere Optionen wie Squarespace oder WordPress ansehen. Was die Suchmaschinenoptimierung betrifft, so bietet Hostinger alle wichtigen SEO-Einstellungen und kann sogar automatisch SEO-Titel und Beschreibungen generieren. Und sollten Sie eine mehrsprachige Website haben, können Sie Unterverzeichnisse für die einzelnen Sprachen einrichten, was für die Suchmaschinenoptimierung von großem Vorteil ist. Andere Website-Baukästen wie Wix und Squarespace bieten allerdings noch leistungsfähigere SEO-Funktionen wie 301-Weiterleitungen und editierbare Sitemaps. Mit der E-Commerce-Lösung von Hostinger können Sie bis zu 500 Produkte verkaufen, was Sie ideal für kleinere Shops macht. Sie können digitale und physische Produkte verkaufen, Spenden annehmen und Dienstleistungen anbieten. Außerdem erhalten Sie Zugang zu Hostingers eigenem Online-Buchungstool, mit dem Kundinnen und Kunden Termine oder Kurse buchen können. Mit Hostinger haben Sie die Möglichkeit, Online-Zahlungen mit etwa 20 verschiedenen Zahlungsmethoden zu akzeptieren. Auf Plattformen wie Wix und Shopify finden Sie jedoch mehr Zahlungs-, Liefer- und Anpassungsoptionen. Nachdem Sie nun gesehen haben, was der Website-Bilder von Hostinger alles kann, lassen Sie uns schnell die Vorteile noch einmal zusammenfassen. Die Preise von Hostinger sind im Vergleich zu anderen Website-Bildern extrem günstig. Die Erstellung einer Website ist dank des KI-Bilders und des intuitiven Editors sehr einfach. Auch das Hinzufügen eines Sprachumschalters und von Übersetzungen zu Ihrer Website ist ziemlich unkompliziert. Die integrierten KI-Features machen die Erstellung und Optimierung Ihrer Website-Inhalte noch einfacher. Was die Nachteile angeht, so hat Hostinger in diesen Punkten das Nachsehen. Zum einen muss man leider erst bezahlen, bevor man das Tool ausprobieren kann, da es weder eine kostenlose Testphase noch einen Gratistarif gibt. Außerdem steckt die Blogging-Funktion noch in den Kinderschuhen und es fehlen einige wichtige Features. Hostinger eignet sich zudem eher für kleine Shops und bietet im Vergleich zu anderen Plattformen wie Shopify nur grundlegende E-Commerce-Funktionen an. Und es ist zwar erfreulich, dass es schnellen Live-Chat-Support gibt, leider steht dieser aber nur auf Englisch zur Verfügung. Auch alle weiteren Support-Optionen gibt es bisher nicht auf Deutsch. Abschließend ist das Angebot an Integration ziemlich begrenzt, was es schwierig macht, Anwendungen und Funktionen von Drittanbietern hinzuzufügen. Wir hoffen, dass unser Video Ihnen hilft zu entscheiden, ob der Website-Bilder von Hostinger für Sie das Richtige ist. Falls Sie noch weitere Fragen haben, hinterlassen Sie uns gern unten einen Kommentar. Weitere Informationen über Website-Baukästen und die Erstellung von Websites finden Sie bei uns auf tooltester.com. Und dann können Sie uns auf die Erstellung von Website-Baukästen und die Erstellung von Website-Baukästen.